Hallo und herzlich willkommen, ich bin es mal wieder, euer Aikai und in diesem Video sage ich euch, warum ich mich trotz neuem iPad Air für das iPad Pro entschieden habe. Viel Spaß! Ja, wie auch schon gerade eben gesagt, ich möchte euch sagen, warum ich mich doch für das iPad Pro entschieden habe. Ich habe es mir gerade eben gekauft. Ich verlinke euch nochmal das Unboxing-Video. Außerdem möchte ich am Ende des Videos auch sagen, wem ich welches von den beiden Tablets nun empfehlen kann. Kommen wir zu meinem ersten Grund und das ist auch eigentlich der Hauptgrund, der alles andere mit anschließt. Nämlich möchte ich meistens, wenn ich irgendetwas kaufe, das Bestmögliche kaufen, was es gerade aktuell so gibt. Und da halt eben bei dem ganzen iPad Lineup, wir haben ja das iPad Mini, wir haben das normale iPad, wir haben das iPad Air und das iPad Pro. Und das iPad Pro steht nun mal an der Spitze, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ich mir so ein Gerät kaufe, ist es meistens anders als vielleicht bei einem Smartphone, wo man das doch häufiger wechselt. Und es ist bei mir zumindest so bei einem Tablet oder halt auch bei einem PC oder bei einem Laptop, ist es so, dass ich dieses Gerät für viele Jahre benutzen kann. Und dementsprechend würde es aus meiner Sicht wenig Sinn machen, wenn ich mir zum aktuellen Zeitpunkt, sage ich jetzt mal 2020, ein iPad kaufen würde, was vielleicht zwei oder sogar drei Jahre älter ist, auch wenn es ein Pro ist. Und deswegen würde ich immer, wenn es möglich ist, das Bestmögliche zu kaufen, um einfach im Kopf zu wissen, okay, das ist das Höchste, was ich bekommen kann. Ich kann nicht mehr kriegen für mein Geld, beziehungsweise klar, aber dann wird es halt utopisch teuer. Das ist so, sage ich mal, das Beste, was ich so von den Herstellern bekommen kann. Um jetzt auf die einzelnen Gründe zu kommen, man muss fairerweise sagen, es gibt nicht viele Gründe, deswegen wird das hier auch relativ kurz. Dennoch möchte ich auf die einzelnen Punkte eingehen, denn die sind halt eben, sage ich mal, der Knackpunkt, warum man sich für das eine oder für das andere entscheidet. Fangen wir an mit dem Bildschirm. Da gibt es halt zwei wichtige Punkte, das eine ist halt die Helligkeit und das andere ist die Herzzahl. Und ja, die Helligkeit ist schnell abgefrühstückt, das iPad Pro ist etwas heller, wir haben hier 600 Nits anstatt 500 Nits. Es ist halt kein großer Unterschied, deswegen möchte ich auch nicht groß darüber sprechen, aber es ist meiner Meinung nach eben wichtig, dass man bei solchen Geräten auch eine vernünftige Helligkeit hat. Man kennt es vielleicht aus dem Urlaub oder irgendwie an sonnigen Tagen, wenn man gerade draußen sitzt. Dann kann man bei den älteren iPads teilweise gar nichts mehr lesen, weil da hat man so einen riesengroßen Spiegel in seiner Hand. Und deswegen ist für mich eine Helligkeit immer wichtig in irgendeiner Form bei so einem Gerät. Aber das Wichtigere hier in diesem Fall ist für mich die Herzzanzahl, beziehungsweise, dass wir bei dem iPad Pro ProMotion haben. Und das ist nichts anderes, als dass wir 120 Hertz haben. Und das ist ein Feature, was man, glaube ich, selber eine Zeit lang erlebt haben muss, damit man das richtig fühlt. Weil wenn man eine Zeit lang 120 Hertz Panel benutzt hat, dann ist es, wenn man dann wieder ein normales Smartphone oder halt ein normales Panel zu Hause von seinen Computern benutzt, dann ist es irgendwie so, als würden alle anderen Geräte in Zeitlupe funktionieren oder nicht flüssig sein. Und das ist einfach Fluch und Segen zugleich, denn es sieht wirklich mega flüssig aus, wenn man mit dem iPad Pro durch seine Apps fischt, beziehungsweise irgendwelche Materialien drauf guckt, beziehungsweise irgendwelche Games spielt. Das sieht echt wirklich mega klasse aus. Deswegen Hut ab, dass sie das da auch auf jeden Fall drin haben. Der nächste Punkt bei mir sind die Lautsprecher. Ich habe vorher schon das iPad Pro gehabt, das damalige aus dem Jahre 2016 mit dem 9,7 Zoll Display. Und das hatte auch vier Stereo-Lautsprecher, genauso wie das aktuelle iPad Pro. Das iPad Air hat leider nur zwei Lautsprecher und die sind auch nicht richtig Stereo, wenn ich mich nicht irre, denn die sind, glaube ich, auf einer Seite. Und für manche Leute könnte das auch wieder eine Kleinigkeit sein. Für mich ist es doch ein großer Unterschied, da ich unter anderem, abgesehen vom Studium, mir doch deswegen ein iPad gekauft habe, da ich häufig irgendwelche Serien, Filme, YouTube-Videos oder so auf dem Tablet schaue, ob das jetzt nur ein Amazon Prime oder halt eben YouTube oder Netflix ist. Da gibt es so viele, die so einen guten Sound haben. Da lohnt es sich auch, das mit guten Lautsprechern zu schauen. Und ich muss sagen, natürlich sind irgendwelche Bluetooth-Boxen oder irgendwelche Anlagen natürlich immer oder meistens besser, weil die halt einfach einen größeren Resonanzkörper haben. Jedoch ist es einfach erstaunlich, was für einen Klang aus so einem iPad kommen kann, aus so einem Tablet, was gerade mal um die 460, 470 Gramm wiegt, was da für eine Soundqualität rauskommt. Und deswegen ist es auch zumindest für mich ein großer Vorteil. Der nächste Punkt ist Prozessor bzw. Langlebigkeit. Beim iPad Air kommt der neue A14-Prozessor zum Einsatz. Beim iPad Pro, was mittlerweile über ein halbes Jahr alt ist, haben wir einen A12Z-Prozessor drin. Und rein natürlich von den Zahlen könnte man denken, dass paradoxerweise das iPad Air eine bessere Leistung oder eine höhere Leistung hat als das iPad Pro. Mehrere unabhängige Tests haben dann bewiesen, dass es doch im Schnitt so ist, dass das iPad Pro eine bessere Leistung hat, was meiner Meinung nach auch mehr Sinn macht. Man muss jedoch erwähnen, dass der A14 SoC in einer neuen Art gefertigt wird und deswegen teilweise in einigen Punkten Vorteile hat. Ich hatte gelesen in unterschiedlichen Quellen, dass der Strom sparender sein soll und dass er zum Beispiel im Single-Core-Betrieb bessere Leistung hervorruft, da er höher getaktet ist. Wiederum, ein Multi-Core bringt das iPad Pro deutlich bessere Ergebnisse, da das System-On-Chip 8 anstatt nur 6 Kerne besitzt. Deswegen, wie gesagt, liegt auch hier der Vorteil meiner Ansicht nach bei dem iPad Pro. Zwar nicht ganz so offensichtlich, wie es halt vielleicht bei den anderen Punkten ist, das darf man dann halt nicht außer Acht lassen, jedoch im Gesamtergebnis ist der A12Z besser als der A14. Der letzte Punkt, der für mich wichtig ist, sind die Kamera. Da hat man das ganz schnell abgefrühstückt. Bei dem iPad Air haben wir nur eine Kamera und das ist halt eben die Standard-Weitwinkelkamera, die wir halt auch alle kennen. Beim iPad Pro müssen wir da ein bisschen mehr ausufern. Wir haben zwei Kameras, wir haben eine Weitwinkelkamera, wie auch bei dem iPad Air. Wir haben aber auch noch zusätzlich eine Ultra-Weitwinkelkamera und das finde ich wirklich sehr, sehr cool, da ich die halt auch vorher noch nie benutzen konnte. Das ist für mich ein neues Erlebnis. Finde ich wirklich sehr, sehr schön, da man wirklich deutlich mehr auf ein Bild bekommt, ohne dass das jetzt wirklich zu Tode verzerrt ist, wie zum Beispiel bei einer GoPro. Da könnte man sich streiten, ob jetzt sinnvoller wäre, ein Teleobjektiv zu haben beziehungsweise jetzt diesen Ultra-Weitwinkel. Ich finde es halt nicht schlimm, dass es ein Ultra-Weitwinkel ist. Wie gesagt, das ist für mich eine komplett neue Sache und deswegen bin ich auch froh darüber. Außerdem haben wir in dem Ganzen noch einen LiDAR-Sensor und der LiDAR-Sensor ist meiner Meinung nach auch eine Sache, die man nicht außer Acht lassen sollte, die wichtig ist, denn mithilfe von Laserstrahlen kann die Position beziehungsweise Entfernung von Punkten deutlich besser gemessen werden, als zum Beispiel das vorher üblich war, glaube ich, mit den zwei einzelnen Kameras. Und das ist dann halt eben eine große Hilfe für Argumented Reality. Ihr könnt dann zum Beispiel euer Wohnzimmer mit Möbeln von Ikea digital ausstatten beziehungsweise für spätere Argumented Reality-Spiele wird das auch dann eine große Rolle spielen. Und was ebenfalls auch in irgendeiner Form mit Kameras zu tun hat, wir haben vorne halt auch eben noch Face-ID, Face-ID die Sensoren, die unser Gesicht halt auch eben mithilfe von Laserstrahlen, weil das glaube ich, erkennen können. Und das ist meiner Meinung nach ein Feature, was nett ist, was nicht hätte zwingend sein müssen. Aber dadurch, dass es so weit entwickelt ist, dass es, egal wie rum das iPad im Prinzip gehalten wird, man das benutzen kann, finde ich das dann doch wieder sinnvoll. Und ich habe mich mittlerweile so sehr an Face-ID und an die Schnelligkeit gewöhnt, dass es für mich deutlich über Touch-ID steht, auch wenn das jetzt sehr schön gelöst wurde in dem neuen iPad Air, dass dieser Touch-ID-Sensor beziehungsweise Button, dass der jetzt im Sperrknopf am Rande des iPads sitzt. Das waren meine Gründe, warum ich mich für das iPad Pro dann schlussendlich doch entschieden habe, obwohl es ja mittlerweile ein halbes Jahr alt ist und das iPad Air gerade eben rausgekommen ist und ich glaube über 200 Euro in der Grundausstattung weniger kostet. Kommen wir jetzt zu der Empfehlung. Wem würde ich was empfehlen? Ich muss ganz ehrlich sagen, für alle, die in irgendeiner Form gerne auf Preis-Leistung stehen beziehungsweise, sage ich mal, das Beste für ihr Geld erhalten wollen, die werden wahrscheinlich mit einem iPad Air glücklich, weil diese anderen ganzen Funktionen sind dann wirklich nur für die Leute, die wirklich extrem mit diesem Tablet arbeiten wollen oder halt eben, sage ich mal, eine Freude an irgendwie, sage ich mal, der besten Technik oder so haben, die aber wirklich ein sehr gutes Tablet zu einem guten Preis haben wollen, die sind dann halt eben mit dem Air bedient. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie sich auch das normale iPad, sage ich mal, kaufen können, das ist dann nochmal ein paar hundert Euro günstiger, jedoch ist das meiner Meinung nach zu Standard- beziehungsweise zu unspektakulär. Das kann ich wirklich nur Leuten empfehlen, die noch nie vorher ein iPad hatten beziehungsweise die einfach in den Apple-Cosmos mit einsteigen wollen, aber für Leute, die, sage ich mal, das Beste für ihr Geld haben wollen, die werden meiner Meinung nach mit einem iPad Air ganz gut fahren und das iPad Pro kann ich wirklich Leuten empfehlen, die wie gesagt das Beste zu dem jetzigen Zeitpunkt haben wollen, die gerne auch diesen LiDAR-Sensor haben wollen, um irgendwie Argumented Reality-Spiele zu spielen beziehungsweise die halt irgendwie ihre Wohnung ausstatten wollen mit irgendwelchen Möbeln vermessen oder was auch immer, die gerne so wie ich irgendwelche Filme schauen und somit halt auch eben eine Verwendung für die Lautsprecher haben beziehungsweise die unbedingt 120 Hertz haben wollen. Ja, das war's für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video irgendwie helfen. Die Links zu den wichtigsten Produkten werde ich euch in die Videobeschreibung packen und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben und ein Abo freuen und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal.